Bei der dritten Vienna-Intra-Afghan-Konferenz treffen vielfältige Persönlichkeiten und VertreterInnen. Gerade Österreich ist dazu sehr geeignet, weil wir eben keine Machtinteressen vertreten, so wie eben die Amerikaner oder die Briten. Was uns auch interessiert, wie sind denn die Reaktionen darauf von anderen? Dieser Wiener Weg, nennen wir ihn einmal so, doch etwas ist, was mehr und mehr Anerkennung findet. Wir haben also durchaus aus Washington, aus London. Um was geht es da genau und welche Persönlichkeiten machen damit? Wir wollen hier einen politischen Prozess etablieren und fördern und keinen militärischen. Was wichtig sein wird, ist noch breiter werden, noch umfassender werden, zivilgesellschaftliche Elemente stärker mit einzubeziehen. Das afghanische Volk sehnt sich und strebt nach einem Ende des vorherrschenden Konflikts in Afghanistan, der nun mittlerweile über vier Jahrzehnte andauert. Bei der dritten Vienna Intra-Afghan-Konferenz treffen vielfältige Persönlichkeiten und VertreterInnen aus unterschiedlichen Gruppierungen zusammen. Wichtig ist es, Synergien zu finden und auch zu schaffen, die unterschiedlichen Meinungen, Perspektiven anzuhören und auch zu erörtern. Außerdem soll es in Anlehnung an die Wiener Erklärung von April dieses Jahres möglich sein, eine strategische Planung umzusetzen und vor allem auch die Maßnahmen und Möglichkeiten aufzudecken. Denn das ganz große Ziel ist es, einen Aufbau zu ermöglichen für ein demokratisches Afghanistan. Dazu begrüße ich nun im Talk recht herzlich den Präsidenten des Österreichischen Instituts für internationale Politik, Wolfgang Petric. Herr Petric, die Konferenz findet mittlerweile zum dritten Mal statt. Was haben sich denn für Unterschiede gezeigt in den Runden davor und in der, die in diesem Jahr stattfindet? Als wir im September vergangenen Jahres, also 2022, begonnen haben mit der ersten Konferenz, habe ich mir gedacht, naja, das wird wahrscheinlich die erste, aber vielleicht auch die letzte sein. Es war aber dann doch in einer zwar kleinen Gruppe ein so großer Erfolg, dass die Teilnehmerinnen sofort gesagt haben, wir wollen eine zweite solche Konferenz haben. Und als die zweite Konferenz da stattgefunden hat im April 2023, hat sich herausgestellt, dass sich in der Zwischenzeit eigentlich so etwas wie eine Wiener Gruppe des afghanischen Exils entwickelt hat und die Bereitschaft weiterzumachen sehr groß gewesen ist. Bei der zweiten Runde waren nicht so viele Teilnehmer zugegen wie bei der ersten. Woran können Sie sich das erklären? Ja, also das ist zum ersten Mal eine organisatorische Frage. Auch ein zweiter Faktor spielt hier mit, dass viele in der Diaspora diese Wiener Aktivitäten zuerst einmal mit einer gewissen Skepsis betrachtet haben. Wird es nicht einseitig werden zum Beispiel? Sollen wir dort überhaupt teilnehmen? Und das war eigentlich dann meine wichtigste Aufgabe, dazu zu schauen und zu unterstützen, dass das eine offene Plattform ist, dass man sich in Wien treffen kann mit verschiedenen, mit unterschiedlichen Meinungen und Positionen. Denn es muss so etwas wie eine afghanische demokratische Bewegung geben, nicht etwas, das wir von außen jetzt einmal da draufsetzen. Das war wahrscheinlich der große Fehler der vergangenen 20 Jahre. Und ich glaube, gerade Wien, gerade Österreich ist dazu sehr geeignet, weil wir eben keine Machtinteressen vertreten, so wie eben die Amerikaner oder die Briten das oder die Sowjets das in der Vergangenheit gemacht haben. Was sich schon gebildet hat, was Sie vorhin erwähnt hatten, ist die sogenannte Wiener Gruppe. Können Sie uns diese noch ein bisschen genauer erläutern, vor allem auch, um was geht es da genau und welche Persönlichkeiten machen da mit? Die Wiener Gruppe oder der Wiener Prozess für Afghanistan sich auf bestimmte Prinzipien beruft, auf das demokratische Prinzip, auf das Prinzip der Gleichheit, der Gleichheit der Menschen, der Geschlechter, dass sich die Wiener Prinzipien auch beziehen auf sozusagen, die ist einschließend und nicht ausschließend. Und das bedeutet auch, dass wir hier einen politischen Prozess etablieren wollen und fördern wollen und keinen militärischen. Das ist uns ganz wichtig zu sagen. Wie groß ist die Gruppe und können Sie uns noch ein bisschen mehr zu den Persönlichkeiten sagen, die mit dabei sind? Die heutige Gruppe umfasst ca. 50 Personen, Persönlichkeiten, die aus einem wirklich sehr breiten gesellschaftlichen Spektrum Afghanistans kommen. 40 ca. sind tatsächlich hier in Wien anwesend und mehrere sind zugeschaltet und übersucht. Dann gibt es dazu sozusagen ehemalige Politiker, Außenminister, die vor Jahren aktiv in der Politik waren, Abgeordnete, Menschenrechtsaktivisten, Professoren, Akademiker darunter, die sehr viel über Afghanistan arbeiten, in den USA, in Europa. Wir haben also hier wirklich eine sehr bunte und sehr zahlreiche Gruppe. Insofern ist es uns wichtig, dass wir jetzt noch nicht zusteuern auf eine Führungsgruppe sozusagen, wo dann ein Name dafür steht, sondern wir wollen hier noch möglichst in die Breite gehen, möglichst viele versammeln und daraus wird sich dann logischerweise, das ist ja immer das Ziel eines politischen Prozesses, dann so etwas wie eine Struktur entwickeln. Aber so weit sind wir noch nicht. Ich glaube, dass wir jetzt gerade mit der Idee einer Roadmap, die erarbeitet wurde in zwölf Zoom-Sitzungen seit April dieses Jahres, dass wir mit dieser Straßenkarte sozusagen jetzt dann voranrücken werden. Inhaltlich gesprochen, welche Staatsform soll Afghanistan bekommen? Wahrscheinlich wird man im Großen und Ganzen dabei bleiben. Aber ein großes Problem der jetzt noch gültigen Verfassung ist wahrscheinlich, dass sie zu zentralistisch ist. In einer Gesellschaft mit so vielen Stämmen, eine Stammesgesellschaft in vieler Hinsicht, ist so eine Zentralregierung, wie sie bisher bestanden hat, offensichtlich nicht das Beste. Wenn man jetzt die Geschichte Afghanistans anschaut, wo immer eigentlich Afghanistan von außen dominiert worden ist, dass vielleicht ein Status einer gewissen anerkannten Neutralität mit guten Beziehungen zu den Nachbarstaaten und dass sie mächtige Nachbarstaaten natürlich, wie China oder Pakistan, dass das ein Status wäre, der Afghanistan vielleicht entgegenkommt. Also kann man so zusammenfassen, zu Beginn möchte man natürlich alle Einzelnen mal hören, um später dann das große Ganze zu schaffen. Und vor allem mit der Diversität im Mittelpunkt. So ist es. Es ist so, dass man einerseits natürlich auch sieht, gut, ich meine, die Taliban sind sozusagen eine Realität in Afghanistan, aber man kann nicht mit einem Aspekt eines Landes 100 Prozent der Macht dann für sich arrogieren. Das ist nicht legitim. Das war auch nicht intendiert durch den Friedensvertrag von Doha, aber es ist so passiert. Aber da sollten wir gerade hier in Österreich und in Europa, in der Europäischen Union, das sehr unterstützen und wir haben hier durchaus auch das Einverständnis anderer westlicher Staaten, die sagen, das ist wahrscheinlich jetzt der Ansatz, der richtige Ansatz. Das wird langsam gehen, es wird länger dauern, aber es ist notwendig. Und andererseits, glaube ich, ist der Zeitfaktor ein sehr wichtiger. Wir können nicht mehr lange warten. Was uns auch interessiert, wie sind denn die Reaktionen darauf von anderen, von anderen Ländern, von internationalen Organisationen? Die internationalen Organisationen spielen eine wichtige Rolle hier vor allem natürlich die Vereinten Nationen. Und die haben vor kurzem erst eben jetzt Ende November einen Bericht veröffentlicht, der noch gar nicht öffentlich ist, aber ich konnte ihn bereits einsehen. Und da werden viele dieser Ideen, die wir seit September vergangenen Jahres diskutieren, auch angesprochen. Ich erwähne hier zum Beispiel eben diesen Roadmap. Die Vereinten Nationen schlagen vor, dass sie hier alle zusammentun und so eine Roadmap eben entwickeln. Ja, das ist schon aber sehr wichtig. Auch ist sehr wichtig, dass der Begriff inklusiv agieren vorkommt. Das heißt also, man fordert hier alle Beteiligten, das nennt man halt so schön auf dem UNO-Englisch Stakeholders, also die, die ein Interesse da drin haben, die sollen, müssen zur Kenntnis nehmen, dass Afghanistan ein multietnisches, multikulturelles, multireligiöses Land ist. Das muss sich widerspiegeln in der gesellschaftlichen, in den gesellschaftlichen Regeln, letzten Endes in der Verfassung und dann in der Regierung natürlich auch. Dieses Vienna Process, glaube ich, ist, was der große Erfolg der ersten und der zweiten Konferenz gewesen ist. Der spiegelt sich wieder heute, bei Beginn schon, in dieser dritten Konferenz wieder. Und dass wir hier dazu eingeladen haben, eine NGO-Konferenz, die vor kurzem hier in Wien stattgefunden hat, wo die afghanische Zivilgesellschaft sich in Wien getroffen hat, separat von dem politischen Prozess, den wir hier organisieren, ist schon ein Hinweis darauf, dass der Dialog zwischen den verschiedenen Gruppierungen bereits passiert. Und ich war sehr beeindruckt vom Auftritt dieser Vertreter dieser zivilgesellschaftlichen Gruppierungen, die auch hier aus ganz Europa zusammengekommen sind, wie sehr die eben auch mit einem großen Selbstbewusstsein den politischen Führern, die es hier gibt, signalisiert haben, Freunde, uns gibt es, ihr müsst unsere Ideen, unsere Bedenken und Einwände ernst nehmen. Schätzen Sie denn generell die Kompromissbereitschaft der einzelnen Gruppierungen ein? Jetzt haben Sie schon etwas sehr Positives erwähnt, aber es gehören natürlich noch mehr dazu. Ja, was denken Sie, wie Kompromissbereitschaft ist man? Und vor allem auch, geht es dann wirklich auf? Wir kennen das aus unserem eigenen Privatleben, auch der öffentlichen Politik in Österreich, in Europa oder anderswo, wie schwierig es ist, Kompromisse zu schließen. Weil eben die Einstellung besteht, Kompromiss ist Schwäche. Und das ist in traditionellen Gesellschaften vielleicht noch um etwas stärker ausgeprägt, als das in modernen Gesellschaften ist. Ich glaube, dass dieser Wiener Process, dieser Wiener Weg, nennen wir ihn einmal so, doch etwas ist, was mehr und mehr Anerkennung findet. Wir haben also durchaus aus Washington, aus London, aus Brüssel, von einzelnen europäischen Hauptstädten durchaus positive Hinweise, dass man das mit großem Interesse, mit steigendem Interesse seit der ersten Konferenz, sagen wir es einmal so, beobachtet. Und ich glaube, wir werden nach der dritten Konferenz hier so etwas wie einmal, ein Assessment vornehmen, eine Bewertung, was ist bisher erreicht worden, was ist positiv, was ist uns nicht gelungen, um dann in einem neuen Schritt zu beschließen, wie es weitergehen soll. Und ich sehe jetzt schon, was wichtig sein wird, ist noch breiter werden, noch umfassender werden, noch mehr, wie es so schön heißt, Outreach zu betreiben, zivilgesellschaftliche Elemente stärker mit einzubeziehen. Könnten Sie sich dann im Zuge dieser Ausweitung vorstellen, auch in Zukunft eine Vertretung der Taliban hinzuzufügen, einzuladen und mit ihnen gemeinsam den Prozess zu gehen? Ich glaube, es ist jetzt noch zu früh darauf, eine definitive Antwort zu geben, aber in the long run, sozusagen längerfristig, ist klar, das ist allen klar, wie sie auch hier versammeln, dass man letzten Endes mit dem Feind, mit dem Gegner, der einmal reden wird müssen. Das ist ganz klar. Bis dahin muss diese Gruppe noch gestärkt werden, noch stärker unterstützt werden und auch die Unterstützung eben der internationalen Gemeinschaft dafür haben, dass der Schritt dann von jenen Afghaninnen und Afghanen unternommen wird, der eben dann zur Befriedung des Landes führt. Dann wünschen wir weiterhin viel Gutes und sagen danke für Ihre Zeit und für die ausreichenden Informationen. Dankeschön. Danke Ihnen sehr herzlich. Vielen Dank.